Der UUP-Artikel ist endlich am Start und ja, was soll ich sagen Leute, ich bin super zufrieden erstmal mit dem ganzen Artikel. Was das ganze Projekt auch an sich angeht, bin ich auf jeden Fall super zufrieden und man merkt, hier steckt auf jeden Fall eine Menge, Menge Arbeit drin. Ja und bevor wir jetzt auf jeden Fall das ganze Video beginnen, möchte ich ganz klar sagen, wir werden den ganzen Artikel jetzt hier nicht auseinander nehmen, weil das Problem ist, wenn wir das nämlich tun, dann sitzen wir spätestens noch morgen hier, beziehungsweise wird das Video wahrscheinlich über eine Stunde lang, weil es einfach so viele Informationen sind. Das heißt, ich bitte dich auf jeden Fall da draußen, liest dir diesen Artikel am besten nochmal komplett selber durch, um wirklich alles für dich zu verstehen. Wir werden jetzt nur hier einfach auf ein paar Eckpunkte eingehen, ich werde euch ein bisschen die Seite zeigen, wo ihr was ein bisschen findet, was auf jeden Fall das ganze Projekt auch enthält, aber wie gesagt, ich werde euch auf jeden Fall den Artikel auch unten verlinken, beziehungsweise die Seite, wo ihr das Ganze findet, denn wie gesagt, es wäre sonst wirklich hier mehr als ein massiver Aufwand. Wenn ihr euch da draußen aber wünscht, dass ich nochmal wirklich detailliert darauf eingehe und das Video wirklich vielleicht auch eine Stunde dauert, dann schreibt es mir auf jeden Fall unbedingt unten in die Kommentare oder gebt dem Video ein Like, damit ich das auf jeden Fall sehe und dann werde ich mich auf jeden Fall nochmal explizit ransetzen und auf jeden Fall mir die Arbeit machen, um euch das nochmal explizit aus meiner Sicht auf jeden Fall aufzuschlüsseln, aber meiner Meinung nach reicht es völlig aus, wenn ihr entweder hier das Video von Rhys schaut, wo er euch das Ganze einfach mal vorstellt, oder ihr halt den Artikel einfach selber lest, denn so versteht ihr das Ganze einfach besser, als wenn ich jetzt hier euch eine Stunde zulabere, da seid ihr schon zwei oder drei Mal mit dem ganzen Artikel lesen durch. Ich würde aber sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange weiter rum hier um den heißen Preis, sondern starten jetzt rein hier auch wirklich mit dem Artikel und ich würde sagen, let's go! Ja und starten tun wir natürlich erstmal hier auf der Seite von dem OMI-Token-Portal. Hier wird es natürlich erstmal erklärt, worum geht es denn hier überhaupt auf dieser Seite und wir haben hier auf jeden Fall erstmal einen sehr interessanten Part und zwar nämlich der Next ECOMI AMA will take place und dann haben wir nämlich Daten, nämlich den 7. und auch 8. November, wo wir dann mehr oder weniger hier auch AMAs sehen werden mit Rhys zusammen, einmal auf dem Telegram-Channel und einmal im Vivi-Discord-Server. So, darunter haben wir das OMI-101, das heißt für jeden, der auf jeden Fall keine Ahnung hat, was ist denn überhaupt der OMI-Token, was bringt das, wo kann ich die ganzen lagern, wo kann ich die ganzen kaufen, schaut euch auf jeden Fall diese Punkte an. Ich habe auch auf meinem Kanal einige Videos schon dazu hochgeladen, das heißt, wenn du auf jeden Fall hier noch Fragen hast auf Deutsch, dann schau auf jeden Fall auf meinem Kanal vorbei, ich verlinke dir hier unter dem i einmal eine Playlist, dort findest du auf jeden Fall einige Videos dazu, die ich schon gemacht habe. So, jetzt schauen wir uns aber mal an, was ist denn überhaupt in diesem ganzen Programm enthalten und ich bin auf jeden Fall erstmal sehr, sehr froh, was ECOMI hier gemacht hat, denn es sind sehr, sehr schöne Dinge auf jeden Fall, die hier mit dabei sind. Unterteilt haben wir das Ganze erstmal hier in primäre Aktivitäten, das heißt, was in dem Fall mit Transaktionen, zum Beispiel bei Vivi zu tun hat und dann haben wir das Ganze in Secondary Activities unterteilt, was zum Beispiel das Staking angeht. Bei den primären Aktivitäten geht es zum Beispiel um Crypto to Jam, was wir sehen werden, um OMI to Jam, um OUP Tickets, um das neue Jobsystem von Vivi, beziehungsweise das neue Whitelist Jobsystem und dann noch einmal die Burn Reward Points, was an dieser Stelle Punkte sind, die du bekommst, wenn du OMI Token in der App burnst, zum Beispiel durch einen Verkauf und so weiter und so fort. Dann haben wir noch die Secondary Activities, was zum Beispiel OMI to NFT beinhaltet, OMI to Accessories und OMI to UUP Tickets. Außerdem haben wir natürlich hier noch das OUP Staking enthalten mit den unterschiedlichen Staking Tears, wie man staked, unstaked, die Staking Rewards und auf jeden Fall noch eine kurze Zusammenfassung, wo ihr nochmal ganz schnell unterteilt habt, was zum Beispiel für jedes Tier an dieser Stelle hier an Utility auf euch zukommt. Und außerdem haben wir noch als extra hier unten einmal eine Development Roadmap und ein OUP Quick Reference. Die schauen wir uns nämlich jetzt uns einmal an, denn dort haben wir auf jeden Fall schön und schlüssig erstmal kurz aufgezeichnet, was denn überhaupt auf uns zukommt. Wie gesagt, diese Punkte werden wir jetzt nicht eingehen. Ich denke, es ist teilweise relativ selbsterklärend, was zum Beispiel OMI to Jam bedeutet, dass zum Beispiel der OMI Token genutzt werden kann, um Gems zu kaufen. Bei Crypto to Jam, dass man zum Beispiel mit Crypto eincashen kann und damit Gems kaufen kann. OUP Tickets, das sind im Prinzip Möglichkeiten, dass ihr zum Beispiel bei Drops mehr Chancen bekommt, wirklich auf diesen Drops zu bekommen, die ihr einsetzen könnt. Dann das Review-Job-Waitlist-System ist im Prinzip das neue Drop-System. Und dann die Burn-Reward-Points habe ich ja eben schon erklärt. OMI to NFT ist, denke ich, auch relativ simpel. Das heißt, dass ihr mit OMI-Token NFTs kaufen könnt. Mit OMI to Accessories ist nichts anderes, als dass ihr zum Beispiel mit OMI Zubehör kaufen könnt für euer Vault. Das wissen wir jetzt aber noch nicht, wie das aussehen würde. Ich gehe mal davon aus, dass es Lampen sein werden oder auch irgendwelche Schränke, whatever. Auf jeden Fall für das Vault. Dann natürlich das OMI to UUP-Ticket, das heißt, wie man OMI-Token nutzen kann, um UUP-Tickets zu erwerben. Und dann natürlich das UUP-Staking, das heißt, wie benutzt ihr OMI-Token, um zu staken, was bekommt ihr dafür und so weiter und so fort. Wie gesagt, findet ihr hier alles auf jeden Fall aufgeschlüsselt. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal die Development Roadmap an. Und die ist nämlich erstmal sehr, sehr cool, denn wir sehen jetzt ja erstmal, was überhaupt in Arbeit ist. Und hier haben wir zum Beispiel erstmal zwei auffällige Dinge. Und zwar nämlich Crypto2Gem, Buy OMI on Web App und Waitlist Drop System. Und das sind auf jeden Fall schon mal drei Punkte, die super interessant sind. Angefangen hier auf jeden Fall erstmal mit dem Whitelist Drop System, das heißt, dem neuen Drop System auf Vibi. Denn das ist fast fertig und wir werden auch noch dieses Jahr hier erste Test Drops sehen. Dann haben wir Buy OMI on Web App, ist denke ich selbst erklärt. Das heißt, dass man OMI auf der Web App direkt kaufen kann und nicht über einen Exchange gehen muss. Und dann haben wir noch Crypto2Gem, ist denke ich auch selbst erklärt, dass man mit zum Beispiel Bitcoin Ethereum dann eincashen kann und damit Gems erwerben kann. Das sind auf jeden Fall die drei Punkte, die wirklich schon relativ weit sind. Beziehungsweise Buy OMI on Web App ist natürlich noch am Anfang, aber schreitet auf jeden Fall auch gut voran. Und ansonsten sehen wir hier auch alle anderen Dinge, die auf jeden Fall im Progress sind. Es wird natürlich jetzt nicht von heute auf morgen hier 100% geben. Aber ich denke, dass das meiste, jedenfalls im kommenden Jahr, fertiggestellt werden wird. Und wir dementsprechend hier auf jeden Fall auch einen ordentlichen Boost für das Utility Programm sehen werden. Ob wirklich alles fertig wird, werden wir sehen. Aber auch schon 50% werden hier auf jeden Fall eine richtig gute Nummer. Und auch 100% werden auf jeden Fall den OMI Token enorm pushen. Aber ich denke, wir haben auch die Zeit zum Akkumulieren. Ich persönlich beschwere mich da auf jeden Fall nicht. Das günstige Einkaufen lasse ich mir dann an dieser Stelle doch nicht entgehen. Aber hier wird man auf jeden Fall immer auf dem Laufenden halten, wie weit das Ganze ist. Das heißt, wenn ihr auf jeden Fall nicht selber hier mal reinschauen wollt, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Denn ich werde hier auf jeden Fall das ein oder andere Mal mal reinschauen und euch natürlich dann draußen auf dem Laufenden halten. Ja, und dann haben wir natürlich noch einmal der UUP Creek Reference. Das heißt, eine kurze Zusammenfassung einmal zu dem ganzen Artikel. Und das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach erstmal sehr, sehr schön zusammengefasst. Und hier haben wir erstmal das Ganze aufgeschlüsselt. Ja, wie kommen jetzt überhaupt neue Token in die Reserve Wallet? Und wir schauen uns jetzt hier einfach mal die Zahlen an. Und zwar nämlich hier 100%, 100%, 100%, 100% und 100% OMI-Token gehen in die Reserve Wallet. Und das ist super, super cool. Wenn wir uns auch mal anschauen, was für Dinge das sind. Zum Beispiel einmal Fast Tracking, Early Unstake. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel zu früh eure OMI-Tokens nicht mehr staken wollt, dann müsst ihr eine Fee bezahlen. Die gehen zu 100% in das Reserve Wallet. Wenn ihr zum Beispiel Bronze Tickets kauft, dann geht auch 100% dort rein. Dann einmal, wenn ihr über UUP sozusagen kauft oder auch verkauft, dort gehen dann 100% Seller Fees erstmal an dieser Stelle hier in OMI2GEM. Aber die gehen dann sozusagen, wenn man dann mit den OMIS auf wirklich Gems kauft, auch 100% in die Reserve Wallet. Das heißt, wir haben hier extrem viele Zuflüsse für die Reserve Wallet. Wer jetzt nicht weiß, was bedeutet das? Das bedeutet im Prinzip so viel, dass diese Token, die wir ja benutzen, um hier in der App zu interagieren, aus dem Circulation Supply sind. Das heißt, alle Tokens, die wir sozusagen in der App benutzen, landen in der Reserve Wallet und damit aus dem Circulation Supply. Was an dieser Stelle, um es kurz zu fassen, sehr, sehr bullisch ist, weil es dadurch immer weniger Tokens gibt, die überhaupt auf dem Markt verfügbar sind. Und damit auf jeden Fall hier auch die Nachfrage, wenn sie dann steigen sollte, wird auf jeden Fall extrem interessant, weil es natürlich deutlich weniger OMIS-Token gibt. Und das ist sehr, sehr bullisch und wird ja auf jeden Fall auch den OMIS-Token in den kommenden Jahren wahrscheinlich nach ganz oben katapultieren. Ist entweder jetzt meine Meinung, ob du jetzt OMIS-Token kaufen solltest oder nicht. Das ist natürlich ganz allein dir überlassen. Wir haben natürlich aber hier auch nochmal ein paar Sachen anders zusammengefasst. Zum Beispiel einmal die UUP Primary Transactions. Und hier haben wir zum Beispiel einmal OMIS-Token Gem. Dann haben wir einmal noch die UUP Secondary Transactions. Und im Prinzip haben wir hier nochmal alles relativ schnell zusammengefasst für jeden, der sich wirklich nochmal ganz schnell anschauen möchte. Hier zum Beispiel noch einmal, was man mit den unterschiedlichen Tiers bekommt. Zum Beispiel was man mit Tier 1 bekommt. Was zum Beispiel der jährliche Reward sind. Was zum Beispiel auch die saisonalen Rewards sind für jeden, der nicht weiß, wie lange geht jetzt überhaupt eine Season. Eine Season geht insgesamt drei Monate, wo ihr sozusagen staken könnt. Und am Ende bekommt ihr hier zum Beispiel bei Tier 1 ein extra Season Collectible. An dieser Stelle natürlich nur eine Common. Wenn ihr aber zum Beispiel Tier 5 seid, dann bekommt ihr tatsächlich alle 5 Collectibles. Das heißt Common, Uncommon, Rare, Ultra Rare und Secret Rare. Und das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Muss ich jedenfalls sagen. Also wer auf jeden Fall hier Tier 5 schafft, es sind natürlich 40.000, die gestaked werden müssen. Aber der bekommt hier wirklich auch meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Belohnung. Und dementsprechend hier auf jeden Fall das Ganze zu dem ganzen Artikel. Wie gesagt, ich packe euch den unten in die Beschreibung. Damit ihr euch dann auf jeden Fall nochmal durchlesen könnt und hier für euch selber wirklich das Ganze verinnerlichen könnt, verstehen könnt. Denn wie gesagt, ansonsten würde das Video wirklich eine halbe Ewigkeit geben. Ja und jetzt interessiert mich natürlich auch deine Meinung da draußen. Wenn du den ganzen Artikel mal durchgelesen hast, schon sogar, dann schreib mir doch auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare, wie fandest du den ganzen Artikel? Wie hast du das Ganze aufgenommen? Oder auch wie fandest du jetzt hier das, was ich dir überhaupt erstmal so in der Kurzfassung vorgestellt habe? Aber das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Denn so kann ich vielleicht auch das ein oder andere Feedback auf der D-Con an Rhys hier weiterleiten. Aber ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen. Und ich wünsche dir da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.